Norddeutscher Rundfunk 2021 Und? Wie geht's? Und dir? Wie ist es? Wie soll es sein? Also ich? Ja, also. Ach, Georg, lass das. Ich habe einfach keinen Bock mehr, dich immer nur im Knast zu besuchen. Ich brauche jemanden, der sich um mich kümmert. Komm. Ich bin ja bald hier raus. Für wie lange denn? Das hast du das letztes Mal auch gesagt. Hast du einen anderen? Quatsch, darum geht's doch überhaupt nicht. Wer ist es? Was? Das geht doch schon seit Jahren so immer dieselbe Scheiße. Du brauchst euren Kack und wenn sie dich schnappen kann, ich sehe, wo ich bleibe. Glaub mir, Edith. Das passiert mir nicht nochmal. Die sehen mich hier drin nie wieder. Vergiss, du bist ein Schwätzer. Das sagt doch jeder. Wer sagt das? Ist doch egal. Für mich ist jedenfalls Schluss. Ich lasse mich scheiden. Wer ist es? Wer ist es? Wer ist es? Wer ist es? Ich will nicht mehr schicken! Los, hör auf! Verpfiff dich! Seid mir sofort, wer sehen wir euch mal nicht vorliegt! Ich bring dich um! Lass dich raus los, du sollst! Ich hab mich euch! Schuss dich! Verbrauch! Für mich! Nein! Für dich, Gilmar. Du bist noch klar. Der Nächste. Ich glaub ich da achtt du überhaupt nicht mehr rumsch Beatles. In Spachefig! Du bish스�! Ein nichts bis einem live kleinen Scheuter! Du bist nur ein Nichts, ein Nichts, bist du ein mieser, kleiner Scheiterloch! So, Paula, es ist soweit. So, Paula, es ist gut. 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 Nein! Du hast dich wirklich nicht verändert. Aber dir sieht's aus wie immer. Wie? Sag mir mal lieber, was du vorhast. Du hast doch was vor, oder? Ne Bank. Du, weißt du überhaupt, auf was sie dich da reinlässt? Ey, lass das lieber bleiben, ja? Bleib du mal schön bei deinen Brüchen. Ne Bank ist ne Nummer zu groß, wirklich, weißt du? Da geht man nicht einfach so rein. So was muss geplant sein, ja? Deshalb hab ich ja gedacht, dass wir, du und ich, Mensch, Harry, mit deiner Erfahrung, wir zusammen macht es mit links. Außerdem hab ich nen Kumpel, der wär sofort dabei. Nein, nein, ich bin draußen. Für mich ist Schluss. Mann, komm, einmal noch. Einmal zeigen wir's dir noch. Schön absahen, Taxifahren, das doch nicht. Das kann's doch nicht sein. Was kommt da schon mal rum, ne? Hör mal zu, Paula. Ich hab keine Lust mehr in den Knast zu wandern. Nicht mehr in meinem Alter, ja? Meinst du ich? Deswegen komm ich doch zu dir. Ja. An welche Bank hast du gedacht? Egal, irgendeiner. Ne, du. Es bleibt allein. Und außerdem, mit dir würd ich nie ne Bank machen. Hier. In der alten Zeitenwildung. Wer ist das denn? Mir macht es doch nix vor, ja. Komm, lass das. Hier. Mach mal, ich hab Kundschaft. Nehmen Sie Platz. Was ist denn jetzt? Rauskommen. Sag du mal. Ach, den kannst du vergessen. Ist auch nur in Laura. Aber du hast doch gesagt, dass wir den brauchen. Ich weiß selber, was ich dir gesagt hab. Und was werden wir so machen wie immer? Ich hab einen guten Kind. Ich hab ihn dir gemacht. Ja. Besuch, weib. Abonniertos. Ich hab ihn. Abonniertos. Du Sau! Die krieg ich noch! Ist er sicher, dass er da rauskommt? Todsicher. Da steht da sein Wagen. Und das Geld hat er immer dabei. Klar, das ist ein ganz Schlauer. Er bringt das immer mit der Plastiktüte zur Bank. Das ist er. Das ist ein ganz Schlauer. Das ist ein Schlauer, oder was? Das gibt's doch nicht. Da musst du doch irgendwo Kohle sein. Bist du wahnsinnig? Nimm die Knarre weg. Wo die Kohle ist? Ich baller dir eine Kugel in den Schädel. Klausel, das ist alles. Das große Geld wird immer schon am Tag aufmittag abgeholt. Hey, mach dich doch los! Was soll das? Bist du blöd? Wo ist die Kinderinheer? Das ist egal. Ich hab's gedacht, du ballerst die Wichter ab. Ja, oder? Oh mein Gott, hab ich. Scheiße. Zeig mal her. Komm mal her. Schlipp. Das klick das wohl nie. Kaum draußen schon wieder die gleiche Scheiße. Dass du das nicht kapierst, das ist mir klar. Aber du, ich muss doch wissen, dass sie dich jetzt besonders auf dem Kieker haben. Mensch, Maria, jetzt renn dich doch mal ab. Was soll denn schon groß passieren? Wir müssen jetzt endlich was Anständiges auf die Beine stellen. Was stellst du dir da vor? Eine Bank. Bank? Ist das nicht eine Nummer zu groß für uns? Nicht, wenn wir es richtig angehen. Ja, so wie bei dem Supermarkt. Ach, das war doch ein Scheiß-Titel. Deswegen machen wir es jetzt auf meine Weise. Und wenn sie dich schnappen? Hast du eine Ahnung, wie lange die dich dafür einbuchten? Was glaubst du, was die anderen machen? Die Clown bescheißen doch alle. Aber doch nicht so. Mensch, Maria, überleg doch mal. Einmal richtig abkassieren. Einmal richtig leben. Weg doch mal die Kleine. Weiß doch mal. Dein extra Typ hat sich auch einen Scheißdreck um euch. Ja, trotzdem. Maria, wenn alles klappt, dann fahren wir weg. Alle zusammen. Raus hier. Raus aus der Scheiße. Hallöchen, wir können hier vor uns in der Welle. Eine heiße Nummer Tage. Liegt vor uns die Temperaturen. Das sind dann wunderbare neue Ketter. Wie im Rhein heute. Wir sind dann ganz gut. Wie im Rhein heute. Wo muss ich denn unbedingt trotz der Schule? Warum denn nicht? Wir müssen doch auch zur Arbeit. Ich dachte, wir wollten Mutti heute an ihrem Geburtstag überraschen. Ja, das tun wir ja auch. Als Mutti von der Arbeit kommt, haben wir noch genügend Zeit. Was habt ihr denn vor? Nichts. Was heißt hier nichts? Überraschung. Ich komme morgens einfach nicht raus. Geh mir genauso. Meine Mutter mich nicht wecken würde. Tschüss. 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 Dein Rucksack. Ja. Und denk dran. Nichts verraten. Ehrensache. Ehrensache. Tschüss. Tschüss. Bis später. Tschüss. Tschüss. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Ich weiß, wie lange die sich das gefallen lassen. Ich will den ganzen Aufwand. Nun alles nur wegen uns. Was sich zur Zeit in der Bank abspielt, können wir leider nur spekulieren. Aber nach dem, was sich hier bereits zugetragen hat, ist mit dem Schlimmsten zu rechnen. Immer wieder versucht die Polizei in Telefonaten beruhigend auf die Geiselgangster einzuwirken. Bisher erfolglos. Moment, ich höre, in dieser Sekunde tut sich etwas vor der Bank. Ich schalte um zu meinem Kollegen vor Ort. Herr Lengsfeld, hatten Sie schon Kontakt zur Bank? Hey, das ist doch... Das war euer Chef! Das hat euer Chefs nicht! Bei der anderen Geisel soll es sich um eine ganz junge Frau handeln, stimmt das? Richtig, Frau Bauer hat gerade erst ihre Ausbildung bei uns beendet. Was ist meine Forderung der Gangster? Ist die Bank bereit, das Geld zu zahlen? Natürlich wollen wir das Leben unserer Mitarbeiter auf keinen Fall gefährden. Vielleicht hast du recht. Vielleicht sollten wir irgendwie versuchen, auf uns aufmerksam zu machen. Was in der Öffentlichkeit erfährt, wenn die uns hier hinhalten, wenn die das alle wüssten, dann können die gar nicht anders, dann müssen die reagieren. Also es muss doch einen Grund haben, dass sich jemand in Ihrer Situation... Warum wenden Sie sich an uns? Was versprechen Sie sich an uns? Wir sind jetzt live auf Sendung. Wenn Sie wollen, können Sie jetzt sprechen. Was ist das? Alle können mich hören? Was ist das? Was ist das? Die Menschen, die gehen in Interview. Herr Karras! Herr Karras! Schnell! Ich glaube, die telefonieren mit der Presse. Eigentlich haben die beiden Frauen die Idee gehabt. Wir sitzen hier seit Stunden in der Bank und die Bullen halten uns nur hin. Hinhalten? Was heißt das? Wir haben klare Forderungen gestellt. Kohle, Wagen und freien Abzug. Und was machen die? Kommen ständig mit neuen Ausreden. Wenn die glauben, die können uns für dumm verkaufen, dann haben die den Falschen erwischt. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Sollen wir irgendwas unternehmen? Na, was denn? Der Wolf! Ja, es gibt's. Hören Sie sich das mal an. Und was glauben Sie, können wir für Sie tun? Was versprechen Sie sich von diesem Anruf? Sie können den mal so richtig einheizen, die mal ordentlich unter Druck setzen. Stellen Sie sich das vor? Ist mir scheißegal. Ich will nur, dass alle erfahren, dass es nicht an uns liegt, wenn die Sache hier schief geht. Wenn den beiden Frauen was passiert. Warum kappen die nicht einfach die Leitung? Auf keinen Fall. Wir wissen nicht, wie die reagieren. Außerdem, wenn da draußen Komplize ist, der Kontakt mit Ihnen aufnehmen will. Ach, wie denn? Die Leitungen sind doch eh nicht belegt. Die werden nicht schlau aus, denn. Die telefonieren anscheinend alle Sender ab. Was das bei Ihnen ist überhaupt, der Freund? Warum haben Sie das gemacht? Warum, warum? Wegen der Kohle. Warum denn sonst? Und wann lassen Sie die Geiseln frei? Na, da müssen Sie Bullen fahren. Wir wären mit dem Geld schon längst weg. Wie geht es denn den beiden Frauen? Na, wie wohl? Beschissen. Hier, können Sie mal selber fragen. Ja? Spreche ich mit einer der Geiseln? Ja, mein Name ist Anna Klages. Ich bitte Sie, helfen Sie uns. Wir warten hier schon seit Stunden und nichts passiert. Die Polizei lässt uns einfach hängen. Ich verstehe das nicht. Es braucht doch nur der Wagen zu kommen und das Geld. Wir können langsam nicht mehr. Werden Sie denn anständig behandelt? Ja, hier ist alles in Ordnung. Die beiden verhalten sich den Umständen entsprechend. Wir haben nur Angst, dass sie die Nerven verlieren, wenn es noch lange dauert. Was sagt denn die Polizei? Ach, die vertrösten uns doch nur. Wer weiß, was die vorhaben. Hier von der Presse wollen wir auch nicht, dass was passiert, oder? Dann sorgt er dafür, dass sie unsere Forderungen erfüllen. Gibt es denn da draußen keinen, der bereit ist, uns zu helfen? Konnten Sie denn schon mit Ihrer Familie sprechen? Ihrem Mann? Sie sind doch verheiratet. Ja. Und? Ich weiß noch nicht mal, ob der überhaupt weiß, was hier passiert ist. Herr Schimler, wir dürfen nicht durch. Was machen die denn hier? Da ist die Schwarkast. Vielleicht wurde die überfallen. Da arbeitet ja meine Mutter. Red keinen Schein. Doch, klar. Los, wir müssen sofort deinen Vater anrufen. Und was ist mit Ihren Kindern? Haben Sie welche? Leicht. Schluss jetzt. Können Sie uns denn noch wenigstens schnell sagen, wie es draußen vor der Bank aussieht? Ich meine, was macht die Polizei? Was sollen die schon machen? Die stehen dumm rum. Wie alle anderen auch. Ein paar liegen auf dem Dächern oder haben sich sonst irgendwo verschanzt. Einer sitzt sogar auf dem Balkon mit einem Piem-Anschlag. Haben Sie denn überhaupt noch eine Chance, da wegzukommen? Wenn nicht, habe ich schon gesagt. Dann gehen wir eben alle drauf. Hallo, Mami. Hallo, Ines. Was machst du denn hier? Warum bist du denn hier in der Schule? Wir haben uns alle nach Hause geschickt. Wir haben hier einen Banküberfall. Was denn für einen Banküberfall? Wo denn? Da unten in die Ecke. Alles steht voller Polizeimänner mit Gewehren. Die Bankhäuber haben sogar geschossen. Pass mal auf. Du gehst jetzt ganz schön nach Hause und wartest da oben, ja? Woher ist denn dein Handy? Die Mama muss noch was erledigen. Aber ich beeile mich. Kann ich nicht mitfahren? Tu, was ich dir sage. Was soll ich sagen? Hier ist eh schon viel zu viel gequatscht worden. Wir haben ja gehört. Die beiden Frauen sind fix und fertig. Also mir tun die richtig leid. Und alles nur, weil die Bullen nicht mit der Kohle rüberkommen. Wenn hier nicht bald was passiert, können wir für nichts mehr garantieren. Was heißt das? Was haben Sie vor? Also, Sie können mir glauben. Wir haben gut vorgesorgt. Wir sind waffenmäßig gut bestückt. Wenn hier also irgendwas unternommen wird, was mich oder mein Kumpel in Gefahr bringt, dann kling ich aus, dann ich sense. Dann gibt's was Peng in die Birne. Und wenn wir alle drauf gehen... ... im geilen Bram auf Strasbourg ist noch immer kein Ende in Sicht. Das ist zurück in die Beute. So, haben Sie einen Kaffee? So, was wollen wir jetzt? So, ich soll ich noch mal in den Kaffee machen? Es steht eine stürmende Bank. Eventuell ist es noch bevor. Es kann sein, dass wir beide gesprochen haben. Sobald, wenn das läuft, gibt es noch ein paar Lassbreters. Hier vor der Bank spielen sich Tumulda, die gesehen haben. Pressevertreter sämtlicher Medien... ... ist hier vor Ort nicht abzusehen, wie die Polizei auf die Forderungen der Geisternehmer reagieren will. Weder das geforderte Mösegeld, noch der Fluchtwagen sind bisher eingetroffen. Es sieht alles nach einer Inhaltsstrategie aus. Ihren Erfolg allerdings fraglich wird... Lassen Sie mich durch. ... im Inneren der Bank fielen wiederholt schütteln. Lassen Sie mich durch? Lassen Sie mich durch, bitte! Ich muss zu meiner Frau... Nein, hier geht's nicht durch. Aber meine Frau ist in der Bank. Sie wird darin festgehalten. Sie müssen mich zu ihr lassen! Das ist jedoch vernünftig. Wir können Sie hier nicht durchlassen. Das ist zu gefährlich. Hier, hier. Sehen Sie, mein... mein... mein Name ist Klages. Ja, ich brauche Ihnen hier. Hier, was wollen Sie denn noch? Halt! Allah! Hey! Allah! Bitte lassen Sie mich doch zu! Nein! Sie können da nicht weiter! Papa! Und, äh, was ist, wenn unser Sender, wenn wir, wir hier, das Bösegen aufbringen? Lassen Sie dann die Geiseln frei? Warum nicht? Wem das Geld kommt, ist uns egal. Wir sind dann nicht wählerisch. Ob das kommt überhaupt? Okay, aber können Sie uns garantieren, dass die Geiseln dann auch wirklich freikommen? Wenn ich es Ihnen nur sage. Wir müssen natürlich sicher sein, dass Sie das Geschäft exklusiv nur mit uns machen. Was ist heute schon sicher? Das gibt's doch gar nicht. Wären die denn damit einverstanden? Warum nicht? Ich denke, Sie sind froh, dass Sie endlich hier rauskommen. Für die beiden ist es auch nicht so. Das ist doch der Paula! Haben Sie das gehört? Das ist doch Paula! Den kenne ich, den Typen! Ja, das müssen Sie sich schon selber fragen. Äh, hier, Kleiner! Hast du gehört? Sag denen mal was! Na komm! Sag denen irgendwas! Ja? Mit wem spreche ich jetzt? Mit Kirstin Bauer. Frau Bauer, haben Sie gehört? Wir werden die Sache jetzt von uns aus in die Hand nehmen. Was sagen Sie dazu? Ich, ich weiß nicht. Frau Bauer, was wir jetzt von Ihnen brauchen, das ist ganz wichtig, hört Sie zu, ist die Zustimmung von Ihnen und unserer Kollegen, Hey, was soll das? Wo wollen Sie denn hin? Ich bin gleich zurück! Wir wollen die ganze Story. Das heißt, dass Sie nur mit uns über all das sprechen, was in dieser Bank passiert ist und keinem anderen mehr irgendwelche Interviews geben. Das ist ganz wichtig. Wir dürfen mit keinem anderen darüber reden. Dafür werden wir dann das böse Geld bereitstellen. Haben Sie das verstanden, Frau Bauer? Ja, Polizei! Frau Bauer, sagen Sie doch was. Ich meine, ich verstehe Sie ja, aber je eher wir die Sache hinter uns bringen, desto schneller haben Sie gesagt, wir sind entstanden. Frau Bauer, beruhig, ich kann Sie verstehen. Wir alle wühlen mit Ihnen. Gibt es vielleicht jemanden, dem Sie etwas sagen wollen? Vielleicht Ihren Eltern oder Ihren Freund? Vielleicht meinen Eltern? Frau Bauer, reden Sie einfach. Sagen Sie jetzt, was Sie wollen. Hallo, Mama. Hallo, Papa. Ich wollte euch nur sagen, dass es mir gut geht. Ihr braucht euch keine Sorgen machen, ja? Ihr seht ja, die Kleine ist schon ganz irre. Also, was ist jetzt? Komm doch mal her, schnell! Ja, ich muss jetzt auflegen. Sie können das später nochmal anreichen. Es wird vermutet, dass er das geforderte Lösegeld bei sich hat, um es der Polizei zu übergeben. Herr Lengser, hat sich Ihre Bank bereit erklärt, das Lösegeld zu zahlen? Ja, ich habe das Geld bei mir. Ich bin froh, mich, die geforderte Summe zu übergeben. Was genau wird es passieren? Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Herr Lengser, ich habe Probleme beim Beschaffen des Lösegeldes. Wie es aussieht, kommt jetzt also Bewegung in das Geiselstraßehaus und Habe. Endlich! Was habe ich gesagt? Wir haben es geschafft! Wir haben sich klein getreten! Wir sind jetzt reiche Leute! Habt ihr gehört? Wir haben es geschafft! Euer Schimmert wurde gehalten! Nicht mehr lange, und ihr könnt mal nach Hause! Endlich wieder zu Hause! Wir haben inzwischen mehrere Reaktionen auf die Interviews. Ein paar Leute glauben, die Stimme erkannt zu haben. Ja und? Irgendwas Konkretes? Vielleicht. Ein e-mailiger Knacki ist sich ziemlich sicher, mit ihm in Santa Fu gesessen zu haben. Gut, dann sieh mal zu, was du rausfinden kannst, ja? Okay. Also, die Sache hat doch sein Gutes gehabt. Das müssen wir feiern werden! Habt ihr Gläser? Ja, wirklich. Na los, darauf müssen wir anstoßen. Wir haben auch Sekt. Sekt? Ja, da hinten auf dem Boden. Das ist ja wie bei feinen Leuten. Ja, genau, daran musst du dich langsam gewöhnen. Auf die Bank! Prost! Prost! Sind Sie Edelpaula? Ja. Oh, Moment mal! muss ich Ihren Mann zurzeit aufhören? Was ist nicht mehr, mein Mann? Wir sind längst geschieden. Also, was wollen Sie von mir? Was weiß ich? Keine Ahnung, der wohnt hier schon lange nicht mehr. Was ist denn überhaupt los? Was hat der Spinner denn wieder angestellt? Tun Sie nur so, oder wissen Sie es wirklich nicht? Hören Sie mich. Ich bin froh, dass ich den Idioten endlich los bin. Und jetzt sagen Sie mir endlich, worum es hier überhaupt geht. Wenn das hier alles vorbei ist, dann fahr ich erst mal weg. Irgendwohin, wo es schön ist. Und wo wäre das? Ach, Spanien, in Italien, egal. Komisch, ich war doch nie weg. Ich meine, aus der Stadt. Es soll eh überall das Gleiche machen. Na komm, mit der richtigen Kohle kannst du dich auch alle die Sau rauslassen. Scheiß drauf. Ich bleib lieber hier. Macht euch ja nichts aus, wenn wir euch duzen, oder? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich habe auf jeden Fall tierischen Hunger. Können die Bullen uns nicht was bringen? Ich meine, wir können die doch mal so richtig springen lassen. So ein schönes Steak mit Pommes und Ketchup und allem drum und dran. Und ein paar Schlaftabletten. Nee, nee, das lassen wir mal besser. Wenn Sie wollen, ich habe noch einen Kuchen. Wie? Hat dir jemand Geburtstag, oder was? Ja, ich. Na klar, los. Ich hole schon mal die Teller. Ich würde so gerne mal zu Hause anrufen. Meine Eltern machen sich bestimmt Sorgen. Ja, von mir aus. Danke. Und sagen wir, dass du bald wieder da bist. Ja. Hallo Mama, ich bin's. Ja. Nein, mir geht's gut. Beruhige dich. Ja. Nein, sie haben uns nichts getan. Sie behandeln uns ganz gut. Ja. Nein, es wird schon alles gut gehen. Du hast es ja mitbekommen. Jetzt, wo das Geld da ist. Ja. Natürlich. Ja. Ja. Mama, okay, ich muss jetzt Schluss machen. Grüß Papa von mir, ja? Und sag ihm, dass ich bald nach Hause komme. Tschüss. Tschüss. Happy birthday, liebe Anna, happy birthday to you. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Alles Gute. Schnell dir mal die Kurve. Ist alles okay. was jetzt hier passieren soll. Was haben Sie mit den Tätern zu tun? Das sind die, die die Wand überfallen haben. Lass dir mal gut zu. Wir haben die beiden Frauen ans Geiseln. Sind Sie wirklich sicher? voll, dass der nichts passiert. Schauen Sie es lieber noch mal an. Nein, das ist Georg. Ich meine, in der Küche, ja nun wirklich. Das glaube ich ja wohl nicht. ne? Dass der so ein Ding wirklich durchzieht. Hey, nicht gedacht. Aber der war schon immer irgendwie beklagt. Jetzt glauben Sie, was ich mit dem Idioten alles mitgemacht habe. Glauben Sie, es hat Sinn, wenn Sie mit ihm reden? Ich? Ich glaube, ich bin die allerletzte, auf die der hören würde. Ja, Und wer der andere sein könnte, fällt Ihnen da irgendjemand ein? Keine Ahnung, so kurz wie der draußen ist. Vielleicht einer aus dem Knast? Nee, egal. Ich lasse Sie jetzt wieder nach Hause bringen und halten Sie sich zur Verfügung. Ja, man weiß ja nie. Vielen Dank auch. Versuch rauszukriegen, mit wie der Herr Paula sich in der letzten Zeit rumgetrieben hat. aber macht schnell. Geht klar, okay. Jetzt ist die Frage. Sagen wir dem Paula, dass er enttarnt ist oder nicht? Ich meine, wenn er wirklich so unberechenbar ist, dann kann der völlig durchdrehen. Andererseits, wenn er weiß, dass wir ihn kennen, vielleicht wird er dann zugänglicher. Sie sind die Ex-Frau eines der Täters. Was ist das für ein Typ? Kleinkrimineller, Gewaltverbrecher? Die Frage hat sich eh erledigt. Ich wollte auch mal ein großes Ding drehen, aber den hat eigentlich nie jemand wirklich ernst genommen. Haben eigentlich schon immer alle für einen Spinner gehalten. Wie tickt der? Ist er wirklich so gefährlich? Ja. Ja, würde ich sagen. Also jemand wie der, der hat sich einfach nicht unter Kontrolle. Ein falsches Wort und die ganze Wohnung hat er schon mal zertrimmert und das ist mehr als einmal. Und hier, mich, der wollte mich schon mal hier halb totschlagen. Und wenn die Nachbarn nicht die Bullen gerufen hätten, aber da hat er auch nicht aufgehört. Ihr müsst eigentlich komplett alles scheiße gassen. Und wenn die Nachbarn ist, ist einer der beiden Geiselnehmer inzwischen identifiziert. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich um den mehrfach vorbestraften Hans-Georg Paula. Paula ist erst vor kurzem aus der Justizvollzugsanstalt Hamburg-Fuzbüttel entlassen worden, wo er eine mehrjährige Haftstrafe wegen wiederholtem Raub verbüßt hat. Er geht als gefährlich. Um wen es sich bei seinem Scheiß und jetzt? Handelt, ist bisher noch nicht geklärt worden. Die Polizei hofft jedoch auch hier auf eine baldige Identifizierung. Sobald wir neue Informationen haben... Das ändert gar nichts. Zu, Paula. Mach jetzt keinen Scheiß. Wir wissen, wer du bist. Lass uns die Sache hier zu Ende bringen, dann kommen wir alle mit einem blauen Auge davon. Wir beenden die Sache nur auf meine Weise. Mensch, Paula, ich mein's wirklich. Ehrlich, frag deine Schwester. Meine Schwester? Was hat meine Schwester damit zu tun? Die sitzt hier neben mir. Wenn du willst, kannst du mit dir sprechen. Georg? Das kann doch nicht wahr sein. Georg, ich bin's Maria. Was machst du hier? Was machst du bei den Bullen? Die wollen, dass ich mit dir rede. Die wollen, dass du aufgibst. Das könnte denen so passen. Was sprichst du überhaupt mit denen? Du kennst die doch. Aber die haben versprochen, euch fair zu behandeln. Georg, gib auf. Ich hab solche Angst. Du hast keine Ahnung, was hier draußen los ist. Die kennen uns gar nichts. Solange wir die Geiseln haben, können die uns gar nichts. Aber was haben denn die beiden Frauen damit zu tun? Die haben dir doch nichts getan. Auf wessen Seite stehst du überhaupt? Ich will doch nur, dass du dich nicht unglücklich machst. Noch ist es nicht zu spät. Warum sagst du das mir? Sag das lieber den Bullen. Wir haben doch immer zusammengehalten. Wir haben doch immer alles zusammen durchgestanden. Bitte geh. Bitte. Ich kann jetzt nicht mehr zurück, Maria. Sag den Bullen, sie haben noch zehn Minuten. Da läuft das Ultimatum ab. Dann ist er endlich geschlossen. Zehn Minuten? Das schaffen wir auf gar keinen Fall. Wir haben immer noch Probleme mit dem Geld. Sag mal, guckst du kein Fernsehen oder willst du mich verarschen? Der Bankfritz ist doch schon längst da mit der Kohle. Aber das ist das Erste, was ich höre, ehrlich. Davon hatte ich keine Ahnung. Das ist dein Problem. In zehn Minuten rollt die Kohle ja an. Und ich sag dir auch wie. Der Filialleiter taucht dir auf in Unterhosen und legt die Kohle direkt vor die Tür. Ist das klar? Mensch, Paula, muss das sein? Kann das nicht einer von meinen Leuten machen? Das könnte dir so passen. Ich hab gesagt, der Filialleiter. Und ich warne dich. Versuch uns nicht zu linken. Du weißt ja jetzt, mit wem du es zu tun hast. Es tut mir leid. War ein Versuch wert. Was haben Sie denn jetzt vor? Ihr Bruder lässt uns nicht für Möglichkeiten. Glauben Sie mir, mein Bruder ist kein schlechter Mensch. Der hat noch nie jemanden, was... Der hat nur so viel Pech gehabt im Leben. Wie kann man nur so blöd sein? Die hat uns die ganze Tour vermasselt. Kannst du mir vielleicht sagen, wie es weitergehen soll? Halt's Maul. Ach ja? Sag das doch, deine Schwester. Die hat uns doch mal den Bullen verpfiffen. Ey, kein Scheiß. Maria, verpfeift keinen. Die Bullen haben sie irgendwie reingelegt. Ach, scheiße. Was weiß ich. Scheiß, Maria! Der hat schon mal die ganze... Schätze, uns bleibt nichts anderes übrig. Elf Jahre im Knast und 14 das erste Mal Einbruch, Diebstahl, die ganze Palette. Zuletzt ist er sogar im Knast auf seine Frau mehrere Beamte losgegangen, hat sich schwer verletzt. Na bravo. Lesen Sie mal das psychologische Gutachten. Eine völlig haltlose, triebbestimmte und sittlich abgestumpfte Persönlichkeit mit stark ausgeprägten kriminellen Zügen. Und weiter das Schlimmste. Ein fast moralischer Schwachsinn, keine moralische Gesinnung. Seit ich zurückdenken kann, war Georg immer für mich da, für mich und meine Tochter. Er hat mir immer geholfen. Auch wenn es ihm schlechter ging als mir. Ich weiß, dass es falsch ist, was er gemacht hat und ich hoffe auch, dass er das auch so sieht. Aber er ist nur mein Bruder. Wir bereiten die Geldübergabe vor. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Wohl ist mir nicht dabei. Sie müssen wirklich nicht, wenn Sie mich wollen. Lassen Sie mal. Ich kann auch mal versuchen, mit Ihnen zu reden. Ich bin froh, wenn ich überhaupt was tun kann. Jeder würde verstehen, wenn Sie sich weisen. Ich kenne die Frauen schon seit Jahren. Ich will, dass es so schnell wie möglich für Sie vorbei ist. Sie müssen. Paula! Hey, Paula! Wir sind jetzt so weit. Der Filialleiter kommt mit dem Geld. Und was ist mit dem Tresorschlüssel? Den hat er bei sich. Gut, schick ihn rüber. Er kommt jetzt. Hör uns, ich konnte jetzt vorhanden, laut. Nix auf die Treppe. Nicht da unten. Höher. Hör uns, ich verpiss dich. Hör uns, ich verpiss dich. Lengsfeld, kurz zurück. Weißer. Bei, weiter. Lengsfeld! Lengsfeld! Haben Sie in der Bank irgendwas gesehen? Wir gehen zu den Mitarbeitern. Haben Sie gesprochen mit Ihnen? Was ist denn los? Worauf waren Sie hier? Sitzt was da drin? Zielobjekt nicht eindeutig zu isolieren. Legt der Geisel irgendwas um den Hals? Was ist denn, kann das überlegen? Ich kann ihn immer noch nicht trennen. Was ist mit dem anderen? Was ist mit den Geiseln? Bei mir das Gleiche. Irgendwas haben die vor. Und wie sieht's hinten aus? Was ist mit dem Sprengrahmen? Vorbereitung jeden Moment abgeschlossen. Ziehen uns zurück und warten auf weiteren Befehl. Achtung für Zugriff. Scheiße. Das ist ja eine Frau. Das ist ja eine der Geiseln. Abbruch. Abbruch. Keine Maßnahmen. Aktion sofort einstellen. Das ist ja eine der Geiseln. Diese Schweine. Diese linken Schweine. Was ist? Mit dem Schlüssel. Anna! Jetzt mach. Lassen Sie mich durch, bitte. Hier. Komm jetzt. Warum tut sie denn nichts? Warum hilft denn keiner? Anna! Mach jetzt. Ich hab's mir angeglaubt. Ich krieg nicht so viel hier. Ja. Der Schlüssel zum Paradies. Komm. Komm. Ja los. Ja mach. Schlüsselbar. Ich mach das. Komm. Das war das schon immer mal. Guck dir das an. Hier ist die Kohle. Alles kaufen, guck dir das an. Jawolle! Ha, ha, ha! Paula? Hey, Paula! Der Wagen ist jetzt da! Fahr in hier rüber! Türen und Kofferraum auf! Ja, okay. Das ist eine Scheißkarre! Ich habe andere bestellt! Hör mal, Paula! Du vergisst, es ist Urlaubszeit! Das ist der einzige Wagen, den wir noch auftreiben konnten! Ja, okay! Ja, ist okay! Und? Karras, schnell! Wir rufen wieder an! Wir kommen erst raus, wenn es dunkel ist! Scheiße! Was? Und was ist mit uns? Sie haben doch gesagt, sie lassen uns laufen, sobald sie das Geld haben! Ich meine, sie haben doch jetzt alles bekommen, was sie wollten! Du hast doch gehört, was ich gesagt habe! Wir fahren eines Dunkels! Und zwar zusammen... Aber sie haben es doch versprochen! Ich habe gar nichts versprochen! Was glaubst du, was passiert, wenn wir euch jetzt laufen lassen? Was glaubst du, was sie mit uns machen? Hältst du uns für bescheuert? Wir bleiben so lange zusammen, bis wir in Sicherheit sind! Bis es klar ist, dass die Bullen uns nicht mehr verfolgen! Klar! Los! Pack das Geld zusammen! Hier ist die Tasche! Und du mach gleich mit! Komm! Warum erst wenn es dunkel ist? Warum so lange warten? Weil wir die dann besser abhängen können! Darum! Herr Lengsfeld, wie fühlen Sie sich? Hatten Sie große Angst? Wie ist das den Tätern so Auge in Auge gegenüber zu stehen? Ich kann es immer noch nicht richtig fassen! Man hört immer nur von solchen Sachen, aber dass es einen selbst trifft! Warum haben Sie es überhaupt auf sich genommen? Das war ich meinen Mitarbeiterinnen schuldig! In so einer Situation kann ich nicht nur dastehen und tatenlos zusehen! Fühlen Sie sich jetzt als Held? Als Held? Ich? Ich denke, das trifft eher auf die beiden Frauen zu! Ich kann nicht mehr! Ich will, dass es jetzt endlich vorbei ist! Von mir aus können Sie machen, was Sie wollen! Sie können mich ruhig erschießen! Ich gehe keinen Schritt mehr! Sie dürfen jetzt nicht den Mut verlieren! Wir haben es doch so weit geschafft! Den Rest, den stehen wir jetzt auch noch durch! Sie müssen an Ihre Familie denken! Sie müssen an Ihre Familie geben! Sie müssen an Ihre Familie geben! lassen. Egal was passiert. Sprich's. Nach fast zehn Stunden gibt es immer noch keine Fortschritte im Geiseldrama von Harburg. Obwohl die Polizei bisher allen Forderungen der Bankräuber nachgekommen ist, halten sich die beiden... Gespenstische Ruhe herrscht vor der kleinen Filiale der Stadtsparkasse von Harburg. Hunderte von Schaulustigen sowie ein Großaufgebote... Weder das Angebot der Staatsanwaltschaft auf Strafminderung noch die Übergabe des Lösegeldes konnten die beiden Täter dazu bewegen, ihre Geiseld... ...so ob sie gemeinsam mit ihnen die Flucht antreten werden. Auf alle Fälle hat sich die hiesige Polizei darauf verständigt, nicht gewaltsam... ...so wie die Angehörigen der beiden Geisen haben unterdessen noch einmal eindringlich an die Polizei appelliert, nicht gewaltsam gegen die Täter... Über den Zustand der beiden Frauen gibt es derzeit keine neuen Erkenntnisse. Nach bisherigen Erfahrungen muss man jedoch von einer außergewöhnlich großen... Es wird vermutet, dass sie bis zum späten Abend in der Bank verharren, um dann im Schub... Es bleibt also nur abzuwarten, wie sich das Drama in Harburg weiterentwickelt. Na komm, macht's hin. Ich will hier keinen Saustand hinterlassen. Die kleinen Scheine pack ich auch rein. Ja, mach mal. Jetzt müssen sie gleich kommen. Wir kommen jetzt! Zieh euch zurück! Los, los! Mach keinen Scheiß! Schatz g'nallt's! Wir kommen jetzt! Zieh euch zurück! Los, los! Mach keinen Scheiß! Schatz g'nallt's! Ach komm, verlos! Die ganze Scheiße macht mich nervös! Nur keine Angst! Keine Angst! Ich will hier weg! Mopi, wir fahren die Gangster mit Mopi hin! Ich weiß es nicht, mein Schatz. Ich weiß es nicht. Vor arrived! Zurück! Zurück! Zu weg, zurück Она bitte! Zurück? Zurück. Zurück Legen bitte! Zurück, zurück stark bitte! Zurück! Haule ann�ede Gangster gewalt gegen Sie ausgehoben! Haula, Das sind Wrong unlimited! cheat Flieb morgens gelassen, Wir haben noch keine Chance, unter welchen Umständen wir das Ziel aufgeben. Paula, was hat das denn da gesagt vor? Was ist mit dem Bullen? Ich weiß nicht, von uns sind lauter Pressefuzzis. Scheiße! Ich glaube, die sind wir jetzt los. Und die Bullen? Keine Ahnung, was meinst du? Nach mehr als zwölf Stunden verließen die beiden Täter zusammen mit ihren Geiseln die Bank und befinden sich seitdem auf der Flucht. Nach Angaben der Polizei hat man um das Leben der beiden Frauen nicht zu gefährden von einer Verfolgung Abstand. Ich kann den Blöden erzählen. Lediglich von mehreren Pressefahrzeugen begleiteten die Bankräuber in ihrem Fluchtwagen. Und was willst du jetzt machen? Du brauchst erstmal einen neuen Wagen. Der hier ist garantiert verwandt. Verdammte Scheiße, was machen wir jetzt? Egal, wir sind mit allem Mann dran. Passt ja auf. Wo wollen die hin? Was weiß ich? Ich glaub, die machen eine Stadtrundfahrt. Also entweder haben die überhaupt keinen Plan oder diesen unglaublichen Schlag. Da müssen wir eben an allen Ausfallstraßen Köder auslegen. Vielleicht beißen sie ja an. In der Gaststätte zum grünen Jäger kam es dann schließlich zu einer Wegenschießerei. Als einer der Gangsten, Hans-Georg Paula, versuchte ein neues Fluchtfahrzeug zu kapern. Jedoch ohne Erfolg. Kneipengäste und Pressevertreter kamen glücklicherweise mit dem Schrecken davon. Später dann, für alle unerwartet, legten die beiden Geiselgangster noch einen kurzen Zwischenstopp an einer Imbissbude ein, wo sie sich in allerseelen Ruhe mit dem nötigen Proviant versorgten. Anschließend steuerten sie sogar noch eine dienstbereite Apotheke an. Der Mann verlangte eine Schachtel Vesperax und ein Mittel gegen Erkältung. Als ich ihn darauf aufmerksam gemacht habe, dass Vesperax rezeptpflichtig sei, zog er seine Waffe. Hat er sonst noch was gesagt? Nein, er hat anschaufflos bezahlt und sich auch noch das Wechselgeld zurückgeben lassen. Die Polizei muss sich nun die Frage gefallen lassen, ob ihr Konzept des freien Abzuges nicht gescheitert ist, ob dadurch nicht sogar weitere Menschenleben gefährdet sind. Dazu Josef Karras von der Hamburger Polizei. Wir wissen, dass eine solche Vorgehensweise immer mit Risiken verbunden ist. Dennoch muss für uns das Leben der Geiseln im Vordergrund stehen. Wir können gar nicht anders handeln. Deswegen haben wir jede Verfolgung eingestellt. Sind Sie denn wirklich davon überzeugt, dass die beiden Gangster ihre Geiseln laufen lassen? Nach unseren bisherigen Erfahrungen, ja. Ich gehe davon aus, dass die Täter, sobald sich sicher fühlen werden, dass sie die Geiseln an einer entlegenden Stelle freilassen werden. Bitte entschuldigen Sie mich jetzt. Wir haben Glück. Sie haben angebissen. Sie haben sich auf einer Tankstelle einen unserer Wagen geschnappt und sind dann wir weg. Haben Sie gesehen, wie blöd er aus der Welt geguckt hat? Es wäre echt ein Schwarzäcker, dass er gerade noch voll gestankt hat. Dann können wir erst mal ein Stück weiter. Und wohin? 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 Erstmal weg hier. Dann werden wir weitersehen. Wenn du Lust hast, kannst du dir was aussuchen. Ich? Warum ich? Ich weiß nicht. Mein Gott, immer muss ich alles wissen. Münster? Münster? Hä? Mein Bruder wohnt da. Vielleicht können wir da ja unterkommen. Wo komm ich da hin? Was fragst du mich? Vielleicht denke ich, du warst schon mal da. Wunderlich. Keine Ahnung. Guck doch mal nach. Vielleicht ist da irgendwo eine Karte oder sowas. Was fehlt uns da gerade noch? Ich weiß nichts. Das ist überhaupt nichts. Das gibt es doch nicht. Da ist doch was faul. Was soll es sein? Vielleicht ist der Wagen neu. Man hat immer was im Wagen. Der eben nicht. Das ist doch bestimmt wieder ein Trick. Wir kommen hier nie raus. Wir kommen nie wieder nach Hause. Die bringen uns doch alle um. Schau, schau, schau. Schau, schau, schau. Der Wagen ist okay. Ihr habt gehört, kriegt raus, wo der Bruder von Ravtschek wohnt. Dann alarmiert die Kollegen in Westpalen. Die sollen übernehmen. Ich fahre inzwischen ins Präsidium. Was hast du denn vor? Ich komme gleich. Maria, ich bin's. Georg, wo bist du? Mach dir keine Gedanken. Es ist alles okay. Ich habe alles unter Kontrolle. Mach dir doch nichts vor. Wo willst du denn jetzt hin? Wo dich jeder kennt? Du bist doch bekannt wie ein bunter Hund. Mit dem Geld können wir überall untertauchen. Irgendwo von vorne anfangen. Maria. Kommt dir das an. Die Bullen haben uns doch gelegt. Wir müssen abhauen. Bitte, Maria. Macht euch fertig. Ich hole euch ab. Lass uns zusammen. Das ist doch Quatsch. Hier ist alles voller Polizei. Die überwachen mich doch jetzt auch, Georg. Gib auf. Ich melde mich wieder. Georg. Georg. Paulus. 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 Als Drahtzieher gilt, ist auch raftschig als gefährlich einzustucken. Gut, dass Sie kommen. Wir haben Sie verloren. Was? Wie ist es möglich? Wo? Das hier war Ihre letzte Position. Unsere Leute sind schon unterwegs. Wie lange ist es her? Ein paar Minuten. Wir können es auch nicht erklären, was passiert ist. Vielleicht haben Sie einen Sender doch entdeckt. Ich dachte, die hätten es geschluckt. Was ist denn da in der Nähe? Absolut nichts. Bis auf die Autobahn. Können wir nur hoffen, dass Sie wirklich nach Münster fahren. Meine Kollegen dort sind doch informiert, oder? Die haben alle Kenntnis. Dann können wir nur hoffen, dass Sie mehr Glück haben. Immer noch befinden sich die beiden Täter mit ihren Geiseln auf der Flucht. Nach der nächtlichen Irrfahrt durch Hamburg, die in einer wilden Schießerei gipfelte, ist jeglicher Kontakt zur Presse abgerissen. Die Polizei kann derzeit keinerlei Angaben über den Verbleib des Fluchtfahrzeuges machen. Die Polizei ist auch wichtig, die in der Nähe des Fluchtkampfs, die in der Nähe des Fluchtkampfs gibt. Die Polizei muss die Nähe auf zu einem Spielen bringen, der in der Nähe des Fluchtkampfs, bei der Nähe des Fluchtkampfs kamen auf alles. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020